Inspiration, wie kommt man dazu? Bei mir ist es so, am besten funktioniert ein Umgebungswechsel. Wenn ich zum Beispiel im Winter auf Laipalma bin, auf dieser einen kanarischen Insel, wo jetzt gerade der Vulkan gewütet hat, dann bin ich seit 40 Jahren. Nach drei Tagen habe ich neue Einfälle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017